ich meine das ist ehrlich kommen hier immer mehr ich meine ich kann mich nicht unbedingt ein denn dass es so viele waren löschen kann man drehen was du jetzt mal ich meine die ist verlangsam bei dem sport ohne ende aber meine frisse nicht mal ein bisschen zu wenn ich das hier noch wieder so ein fein kommt den ich mal wieder nicht gesehen habe man weiß ja nie das ist ja die leute und allerdings mal was neues einfallen man alte macht was schneller wo nicht gleich so ein wo nicht gleich so mensch du könntest viel besser sein wenn du mal nicht so langsam wärst ich habe schießen das gut nicht auch wenn das ein hammer messer sein muss ich meine ganz ehrlich porzellankrüge mit einem metallmesser zu schneiden ohne dass das messer danach total stumpf ist und dann noch so dicke krügel das ist echt ein heftiges messer aber keine ahnung was das sein muss damals 10 erstatt oder was auch immer da los alte da hast du recht ne kurbel das ist gut das ist auch noch sehr gut scheiße kann ich benutzen dann braucht man wieder in den nachladetrick der hat ja viel gebracht da hat er tatsächlich was gebracht auf einmal sind feld frei na gut beweg dich mal jetzt muss ich neulich schon wache stehen � Wall Nvidia und die das ist ja du Tschüss. Wozu haben wir denn diese ganze wunderschöne Muni? Wow. Die rote Muni. Wäre tonnenweise. Wäre wir von den anderen ein bisschen wenig haben. Aha. Ich liebe es, wenn sie wenigstens so schnell ist, dass die anderen locker vorbei sein können, ohne dass was los ist. Oh, jetzt wird sie schon wieder gekidnappt. Mann, Frau. Weg. Genau. Arschoffen. Meine Fresse, das machst du jetzt halt nicht. Sonst störst du nur wieder unnötig. Man soll sie nicht bei ihrer Arbeit stören. Die hat eh schon genug zu tun. Hey, stört mich nicht bei meiner Arbeit, Mensch. Diese Volli-Tun, die nicht begriffen, was Arbeit hier in dem Spiel heißt. Mann, diese blöden Leute hier. Diese... Volli-Tun. Oh. Schön, jetzt mach hin und beweg dich mal wieder hier runter. Ja. Nicht drängeln. Ist genug für da. Ist genug für alle da. Ja. 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 Weißt du was, Kleiner? Den ignorieren wir mal. Ich meine, wir brauchen so einen Vollidioten da ja nicht. Sind ihn nur viel zu umständlich. Kack, nu. Ich bin da hinten. Ich bin schon ein weiterer Lusche. Ach, ich lieb's, wenn die so blöd sind. Wow, der erste Raum, der farbig ist. Obwohl ich diese Statuen hier absolut schlecht aussehen finde. Ehrlich. Ich weiß nicht warum, aber ich finde diese Statuen jedes Mal widerlich. Ich mag die überhaupt nicht, diese Statuen. Oh, Schränkchen. Schränkchen ist gut. Braves Schränkchen. Oh, schöne Vitrine. Wer bewahrt in so einer riesigen Kiste und in der schönen Vitrine bitte schon sowas auf? Haben die einen Knall? Na? Ui. Magnum-Mony ist schon was echt Schönes. Muss man ja so sagen. Kombiniert. D. Verwenden an mir. Schön. Schön, schön, schön. Da ist ein schöner Speichelpunkt. Und hier ist alles mögliche Verwirrende. Da gucke ich doch mal glatt nach der Karte. Damit ich weiß, ob ich jetzt da hoch muss oder hier direkt weiter. Okay. Also ich muss dann da direkt weiter. Gut zu wissen. Ein amüsanter Raum. Na ja, erst mal zum Dealer. Etwas Neues zum Dealen. Oh ja, fünf Stück. Das ist gut. Gelbes. Den brauchen wir soweit. Ich weiß nicht. Den brauchen wir nicht. Ich vergesse mal, dass wir der Karte mit dieser Kerbe dazu kombinieren. Blacktail. Ja. Danke. Ja. Danke. Wo waren wir gerade nix? Ja, aber sowas von. Danke. Nachwein braucht nicht schneller. Dafür nehme ich dann das. Danke. 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 Stungelhalt-Automatik. Ja, Schaden auf jeden Fall. Danke. Der Rest muss nicht. Das auf jeden Fall. Danke. Danke. So gefällt mir das. Der fast voll aufgerüsterte TMP. Yippie. Geiles Schmuckstück. Come back any time. Klar, Alter. Dann speichern wir mal. Dann werde ich morgen... Ich werde... Äh, ich sag schon morgen. Was weiß ich, weil ich aufnehme. Dann werde ich beim nächsten Mal auch in diesen Raum mit diesen Waffen drauf auch mal reingehen. Ich will euch das steht ja auch zeigen. Tja. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal noch. Ohne diesen Soundfehler. Ich habe das jetzt mit alles beseitigt gekriegt. Ding. Daumen hoch. Auf jeden Fall. Tschüss. Ich habe das jetzt mit alles.